So, jetzt haben wir auch Ton, hallo, und jetzt bekommt er eine weitere Folge Banger Boss zusammen mit Let's Cordy, hallo, hui, fast die Folge ohne Ton aufgenommen, äh, da hinten machen wir glaube ich, ne, doch, ne, doch, ne, doch hier, ne, doch, ne, da waren wir, ja, hier waren wir, so, kundemere, finde fünf verlorene Goldmünzen und befreie den Krakenbob, okay, was, wer ist der Krakenbob, man sieht ja seinen Schatten, er sieht ziemlich fett aus, ja, das ist mir ein richtiger Pop, ne, echt so, das lebt mal wieder, ungöttlich lange, was war das mit meinem Schild hier unten, ist das irgendwas special, oh, wir sind wieder hier, da holen wir uns den Schatz halt nochmal, Scheiß offen, alter ist ja für gerade, da fällt selbst schon gegangen, oh, ich hab den Zoom getroffen, äh, ne, dem Papa geil, was, okay, was auch immer du bist, kacke, kacadul, was, ob sie den Affen nicht runterschubs nutzen können, war nicht doch, ne, er war wieder oben, achso, er ist schon gut, er ist schon gut abgeprallt und wieder zurück da, wo du es nicht geschossen hast, ja, Jo, da gibt's mir ne, ne ganze Map, Gucken wir uns mal um, was ist denn das hier, Loch den Nagel ein, die kannst du doch sicher einlochen, die sehen schon so, nagelig aus, sicher Nagel? Oh, die Dinger, ja, ich wusste es, da war noch einer bei dem Ding, durch das du durchgefallen bist, ja, Perfekt, Nice, jetzt muss ich, Yo, ist das Ziggy? Ah, ich, warte, ich füge mal kurz Jordan hinzu, Oh, jetzt muss ich die Bildschirmübertragung neu starten, okay, Perfekt, so, ja, jetzt schau doch mal, SIGGY? Hm? Sorry, dass ich am scheißen war, ich wollte es dir nicht schreiben, aber jetzt bist du es. Hä? Jo, war alles bei dir auch so funktioniert? Wir haben einen Kraken, ja, natürlich, die haben uns einfach drauf gesprüht. Deswegen musst du es nachstechen lassen, das verstehe ich's. Wird dein Spiegel zerstören? Ah, nee. Jetzt musst du dich doch weiter anschauen. Nee, ich kenn mich, ich hab keine Ahnung, was hier unser Ziel... Oh, oh. Nagel! Es ist zu, schau dir das mal an! Ja, es ist ne große Mark. Du musst 5 Goldmünzen finden. Jetzt such. Oh Gott. Zieht er das immer noch durch, dass bei einem Einzelspieler beide dabei sind? Ja, weil jedes Mal, wenn wir fertig sind, kommen ein Update und es gibt mehr Stuff. Ja, beim Einzel... Ist er damit schon durch gewesen, oder was? Ja, und eine Woche später kam ein neues Update, wir waren so glücklich, dass es vorerst vorbei ist. Und dann ging's gleich weiter. Easy. Nein! Nice. Jetzt sind wir wieder hier. Das ist ein Schiff. Das sind Piraten! Überfall das Schiff. Einfach see of see. Wo ist mein Boot? Als ob du schneller bist. Ich wollte ganz sagen, Junge, du hast doch ein eigenes Boot, was viel krasser ist. Benutzt doch das. Oh Gott, die Fiesten! Here I am! Oh Gott! Pass auf! Die nuken auf dich! Was, was, dein Bruder? Einfach die Franzosen werden gefickt. Der ist mein Bruder, lol! Moin! Portugal! Er war Käpt'n! Brasilien! Welches Land bist du? Österreich. Österreich. Bei Bayern gibt's nicht. Österreich. Bei Bayern gibt's nicht. Bei Bayern gibt's nicht, Alter. Ja, natürlich! Japan gibt's nicht, deshalb habe ich China genommen. Er macht genauso wenig Sinn. Ja, natürlich! Du hast alle geschützt, die auf dem Schiff sind. Oh, ich kann's sinken lassen! Bevor du irgendwie im Keller schaust, ob da irgendwas ist, was du mitnimmst. Da komm ich nicht mal rein! Tja, jetzt nicht mehr! Jetzt schauen wir unsere Zerstörung von außen an. Das ist das nächste! Tja, lol! Das ist sogar eine Filmrolle! Tschüss! Sieh aber freundlicher aus! Kannst du steuern? Dann werden sie jetzt gefickt. Ja, hallo! Hallo! Neul, was sind das für die Dinger? Seine Freunde? Oh, jetzt nicht mehr! Jetzt nicht mehr! Ein Land! Kannst du doch nicht rein da hinten? Ich zieh gerade aus. Nee, ist das so ein Gelache. Ah, lame. Lass es sinken. Wenn die Leute noch drauf sind. Ja, ja, ja. Die dürfen jetzt alle ertrinken. Ja, da schwimmen sie schon. So, welche Insel machen wir? Auf der, glaub ich. Oder? Ah, ja, da haben wir schon den. Glaub ich. Ah, schön. Das ist doch schön. Leute, aber die Schatzke... Ja, beim anderen auch. Oh, gäh. Kein anderen auch. Ignorier die Wellen. Der gehört mir da rüber, ja. Machst du dich reich. Fünftausend. 888! Fische! Ja, tote Fische! Wo ist der, 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 der links haben, der links haben die Franzosen aufgehangen. Was? Oh, Wol and what? Nee, hängend im Käfig. Schade. Du Opfer! Kann ich die befreien? Nee, gut, versuchen wir auch nicht weiter. Häy, hat's noch irgendwas? Du müsstest irgendwo nen Map haben. Hey, das ist Portugal. Da, ist Portugal. sind das der portugiese immer noch nicht eingesetzt wird unter dem holländer es ist für seine karriere es ist besser so seine karriere es ist besser so wenn er nicht für menü spielt deshalb diese sechs gegentore ja ich hab gerade babyvögel getötet ist jetzt auch du wick genug hat genug jetzt scheiße andere bürger aus das hat genug Grund dafür, ein Obstfrucht-Scheiß-Ding. Was? Ja, Apfel. Ein Obstfrucht-Scheiß-Ding. Wie lang geht denn bei euch immer so eine Folge in diesem Projekt? 20 Minuten. 15 Minuten, wie viel Lust wir haben. 45 Minuten, weil heute habt ihr richtig Bock. Das war die Staat-Insel, ne? Was denkst du? Ja, Junge. Aber du musst 5 Goldmünzen finden, denk dran. Geh mal zu der großen Bedrohlichen hinten im Nebel. Oh, let's go. Let's get started. Oh, weh! Für Wambo! Weh, weh! Für Wambo! Hast du schon versucht, den auf Wambo zu stellen? Können wir da überhaupt rein? Oh. Ja. Oh! Jetzt hast du wieder... Oh Gott, das sind so viele Inseln. Kannst du bitte das Schiff senken, auch wenn da niemand drauf ist. Eingestellt auf M für Mini. Wir stellen es einfach um auf W für Wambo. Auch eine der geilsten Folgen. Und zum Nächsten! Öffne erstmal den Käfig links. Ich frag mich, ob ein Sturz aus dieser Höhe reicht, um mich umzubringen. Das ist so krass, dass wir das einfach so in der Folge haben lassen, ey. Berechtigte Frage. Schau mal, ob einem anderen wieder eine Schatzkiste rausgekommen ist. Natürlich! Ja, natürlich. Dann bringt es jetzt doch was, die Schiffe zu töten. Haha, das sind sie alle. Hä? Die sind jetzt einfach wieder umgespawnt. So, dann müsst ihr jetzt hier auch gleich eine auftauchen. Ja, das ist sie doch. Sollte eigentlich gar nicht schwimmen können. Was ist der gelbe Strahl da rechts? Pisse. Dann müsst ihr ja irgendjemanden besiegen. Oh Gott, okay! Jungs! Was ist denn mit dem? Zu viel. Ja, was ist denn? Jungs! Jungs! Ah, ich sie nix! Oh, ich hab das Bier zerstört. Schande, ui! Was ist denn? Was ist denn? Im Game oder auf dem Tisch? Spanien will dich töten! Spanien will dich töten! Scheiß Spanier! Was ist denn mit dem Wixen? Befrei die Hühner! Eines hast du vergessen! Oh, die Gärchen wird! Hä? Ja! Springe in den Tod! Was ist eigentlich... Was ist eigentlich gerade eure Mission hier machen müsst? Wir wissen es nicht! Wir müssen vielleicht Goldmünze finden! Zur Kirche und da oben den spanischen Hauptbaster zu töten! Das ist gar keine Pisse, das ist Lemon! Das ist gar keine Pisse! Hey, Chills! Jungs, ich schmeiß mir die Pissgranaten auf! Na! Oh, die Kanone ab! Weg da! Dass ich das noch sagen muss! Er brennt! Idiot! Tash! He's already dead! Stop it! Hiss doch mal, ihr kleinen Müchtigen Bastarde! Ich habe ihn übers Tor geschossen! Schön weiß! Ich sollte mir diesen Platz viel genauer anschauen, glaube ich! Ah, ja! Ich habe gestern abgespielt! Ja, ich habe gestern abgespielt! Oh, was hast du so gemacht? Eine neue Welt umgefunden! Ich habe noch ein paar Dodos verkloppt! Du kannst nur... Da wurde ich von den Scheißen gekillt oder was schon wieder voran... Let's Play gestartet! Nee, aber ich leide nicht! Das war ein... Das war ein... Let's Play alleine! Ja, genau! Digga, was... Was ist denn das alles? Du musst dich eigentlich alle töten! Du... Läufst hier einfach full Rampage! Warum hören die sich an wie Minions? Hör! Hör! Karma! Oh mein Gott! Kann ich dich befreien? Sieht nicht so! Nur von oben! Ich glaube du musst die halten! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Ich bin der auch erlöst! Oh nein! Du hast das jetzt schon im Angebot für 2k! Okay! 2k! Oh nein! Ah! Ich rutsch schon doch muss rutsch! Moin! Nee, nee, nee! Ich bin nicht gläubig! Entschuldigung! Moin! Ich befreie dich meinen... Freund! Roddy bist du, glaub ich! Äh! 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 Oh, come on! Oh Gott! Oh Gott! Oh ja! Die sind ja alle betrunken! Die sehen dich nicht! Oh doch! Die sehen dich! Let's go! Die sehen dich nicht! Äh! Die sehen dich nicht! Ja! Töten sie alle! Yes! Die scheiße! Oh Gott! Oh Gott! Hast du beide eigentlich schon das neue Update runtergeladen? Vom Fallgeist? Ja! Die kommt noch nicht drauf! Nicht, dass wir jetzt noch 30 Minuten warten müssen! Ich hab's gestern gemacht, glaub ich! Dann steig doch gleich mal, äh... The Fortnite Launcher! Weiß nicht, weil... Ich weiß gar nicht wie Epic Games! The Fortnite Launcher! The Fortnite Launcher! Den Hund musst du besiegen! Ich hab glaub ich einen neuen Account! Oh! Auf Epic? Höh! Ich isch! Warum hast du einen neuen Account? Ich bin mir nicht sicher! Weil ich zwei habe und... Das letzte Mal hab ich auf ihm gespielt, auf dem ich die anderen Spiele nicht hab und ich hab mich neu angemeldet. Mal schauen! Du hast bei dem anderen der Passwort vergessen! Nein! Ich hab zwei Accounts aus irgendeinem Grund! Auf einen hab ich all meine Spiele! Und auf dem anderen hab ich Fallgeist gespielt! Was? Der kotzt mich an die Sau! Jetzt nur Lemon! Wir können Fallgeist 2 zeitlich bedingte Dinger äh... Spielmodi spielen! Fallgeist 2? Was? Das ist ein Spiel, das ich handel! Gibt's das? Nee! Er hatte die... Oh nein! Ich muss mich anmelden! Oh! Wir haben die erste Münze! Passwort vergessen! Ja, ich melde mich mit Google an, aber ich weiß nicht, welcher Account der richtig ist! Oh! Ich hab das Bild von... Irgendeinem Heiligen gibt es gestört! Jesus! Ey! Warte, brauche! Ey! Ey! Wunderbar! Und so schnell mach ich meine Insel fertig! Was? Boah! Er war einfach epic, ähh... ähh... Epic... Epic gay! 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 das finde ich dann für sie doch schon so aus als könnte man zerstören oder auch nicht ist ja manchmal so rum als wärst du bis auf ich habe jetzt erst gemerkt dass wir einfach am vorgeist dann ist es uns greets gehen habe so ist es der richtige ja ich brauche einen speichern ich bin ja bei weg online service installieren leck mich am arsch abgelehnt die haben keinen bock auf dich ich sage was ist mit der folge lasst einen like und abonnieren zu euch gefahren schaut doch beim nächsten mal vorbei und tschüss